Kann ich mich in der Schwangerschaft ketogen ernähren? Wenn du dich nicht aus einem bestimmten medizinischen Grund ketogen ernährst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich nicht ketogen zu ernähren in der Schwangerschaft. Greife lieber zu ein bisschen mehr gesunden Kohlenhydraten, mehr Süßkartoffeln, auch mal Bananen, ein bisschen mehr Obst oder auch mal Reis, sodass du auf ungefähr 100 Gramm bis 150 Gramm Kohlenhydrate pro Tag kommst. Und ganz besonders solltest du nicht in der Schwangerschaft eine strenge Keto starten, wenn dein Körper vorher schon ketoadaptiert ist, das heißt, wenn er schon vorher gewöhnt war, mit weniger Kohlenhydraten zurecht zu kommen, dann kannst du ein bisschen auf 50 bis 100 Gramm gehen. Wenn du es noch nicht gewohnt warst, würde ich dir empfehlen, isst 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate pro Tag.